Die Leute haben ich später auf der Weiko Guteuil. Jungs und Girls, Boys and Girls, Mesdames und Messieurs, au revoir und bon voyage. Doch, fangen wir mit den Quatsch. Achtung, Achtung. Hier sind die Schüsse. Ich sehe das Riesenrad. Guck mal, da ist der andere Turf. Turm. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Mein Lieblingsmahl. Der geile Pool da unten. Mhhh. Weiter. Aber ein bisschen die werden Deko. Hättet ihr die Dächt? Ähm. Ritsch, quitsch. Jungs. Echt? Jetzt ist er schon mehr. Ach was. Du bist schon noch kaputt. Ja. Oder los. Oder los. Das ist aber gut. Ja, die. Beste Aussicht wie hier Guck mal, bei Airbons kann es Spaß machen wir auch ein Volk von Soos dieses Dingel, Alter ich habe es gerade einladen, schau mal auf hier rum jetzt? es geht schon los? ja ja ich hatte erst mal mein Schale ich bin schon los ich bin schon los na, seid ihr alle noch da? ja trauen wir noch einmal ja doch so Kinder, alle noch mal tief durchatmen die Mädels noch mal alles richtig liegen setzen und rücken einmal tun wir das noch pass auf ja, schon meine Mama hat früher immer gesagt mitgehangen, mitgefangen ja 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 sie hatte recht sie hatte eigentlich immer recht, ne? machen wir noch Mann wir brauchen Ja, ich muss noch Spaß fahren. Alter, wie lange wollt ihr noch da oben stehen? Bis unten jemand einsteigt. Sind wir schon oben? Ja gleich. Hat er kurz angehalten? Ja. Weiter geht's. Am Mittwoch hat es mehr gekriegt. Der ist schon gefohlen.